Musik Bringt euch bitte wieder online, denn da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Westworld-Podcasts beziehungsweise zur zweiten Episode der dritten Staffel, die da heißt The Winterline. Und wer ich bin? Ich bin der Dom und ja, ich bin euer Host, was hier eine etwas andere Bedeutung hat in diesem Podcast. Und meine Gäste im weitesten Sinne sind zum einen wieder der Christopher. Autofunktion wieder eingeschaltet. Ja, motorische Funktionen einstellen. Und Patrick. Ich bin online. Du bist online, wunderbar. Wir sind online, der Park ist online. Und online hat vielleicht in dieser Folge nochmal eine ganz andere Bedeutung, würde ich mal vorausschicken. Ja, die zweite Folge, The Winterline, da müssen wir vielleicht nochmal später drüber sprechen, denn ich habe jetzt herausgefunden, was es mit diesem Titel auf sich hat. Und wir konnten uns ja schon letztes Mal keinen rein drauf machen, ihr wahrscheinlich diesmal auch nicht, oder? Nö. No. Nicht mal ansatzweise. Ja, es bezieht sich auf was, was wir am Ende der ersten Folge schon gesehen haben und womit wir hier einsteigen. Zunächst mal zu den Fakten. Die Folge heißt The Winterline. Regie führte Richard J. Lewis. Der hat schon bei den beiden anderen Staffeln Folgen inszeniert, unter anderem auch die erste Folge der zweiten Staffel und die dritte Folge der zweiten Staffel sowie die zweite der ersten Staffel. Und er ist auch ein durchaus vertrauter Weggefährte von Jonathan Nolan. Der hat nämlich auch mehrere Folgen von der Serie Person of Interest inszeniert. Das Drehbuch haben geschrieben Lisa Joy, also die Showrunnerin, und ein Neuankömmling namens Matt Pitts. Der sagte mir bislang gar nichts. Der hat allerdings beispielsweise bei der auch von J.J. Abrams produzierten Serie Fringe einige Drehbücher beigesteuert, wie es scheint. Oder auch zu Sue. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir ein. Christopher, willst du den Anfang machen mit deiner Lieblingsfigur? Maeve is back. Und das ist immer ein Grund zur Freude. Maeve ist die coolste. Maeve ist am härtesten im Einstecken. Maeve ist eine Figur, der man einfach gerne folgt. Ich weiß nicht, ob das an Tandy Newtons Charisma liegt, aber ich glaube, in den Händen einer anderen Schauspielerin wäre Maeve ziemlich bitchig und ziemlich unangenehm. Aber sie hat diese Kick-Ass-Seite, aber auch diese sehr mütterliche Seite manchmal. Und Verletzliche auch dadurch. Und Verletzliche, die sie sehr gut miteinander kombinieren kann. Tandy Newton ohnehin sehr, sehr unterschätzte Schauspielerin und mehr als bloßes Eye-Candy. Wenn man sich ihre Filmografie ansieht, hat man immer das Gefühl, sie wird verschenkt in vielen Filmen. Ja, die wurde auch jahrelang eher so als Eye-Candy hergenommen in Hollywood. Und hier kann sie jetzt wirklich mal zeigen, was sie drauf hat. Also das kann man ja mal kurz anmerken. Die hat, glaube ich, für beide Staffeln eine Golden Globe-Nominierung erhalten. Und für die zweite hat sie, glaube ich, ein Emmy gewonnen. Wenn ich das jetzt richtig im Sinn habe. Also völlig verdient. Ich würde sagen, sie und Evan Rachel Wood, das ist schon, die agieren schon wirklich auf Augenhöhe schauspielerisch. Und wir sehen Maeve, wie sie wieder einmal aufwacht, aber nicht in der Realität, sondern in einem neuen Park. Und ich kann mir vorstellen, es gab vielleicht bei dem neuen Konzern, der den Park leitet, heftige Besprechungen in den Meetings, als sie grünes Licht gaben für diese Sektion des Parks. Nämlich, dieser Park ist War World. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Maeve erwacht in einem italienischen Dorf, das von Nazis belagert wird. Und ich möchte auf keinen Fall Menschen kennenlernen, die gerne als Gäste in diese Fantasie eintauchen würden. Und während Maeve sich umsieht und erst einmal sich mit ihrer neuen Umgebung vertraut macht, trifft sie einen alten Bekannten, nämlich auch der Host Hector, den wir immer als den mexikanischen Revolverhelden aus Westworld kannten, ist ebenfalls da. In der Rolle eines Spions, der zusammen mit Maeve die Flucht antritt aus diesem belagerten Dorf. Und die Storyline endet damit, dass sie an einem Flugzeug ankommen und fliehen wollen. Dann kommt es jedoch zu einem Schusswechsel mit anderen Nazis. Hector stirbt dabei, die anderen Nazis auch. Nur Maeve ist nicht komplett gelöscht worden, beziehungsweise ihr Bewusstsein von früher ist immer noch da. Sie durchschaut alles. Sie weiß, dass es sich nicht um die Realität handelt. Sie weiß, dass das nur wieder eine weitere Attraktion im Park ist. Und deswegen macht sie das eigentlich vernünftig in diesem Moment. Sie nimmt eine Pistole und knipst sich selbst das Licht aus und erwacht dann natürlich wieder hinter den Kulissen wieder einmal so wie die Programmierer sie schufen auf diesem Tisch, Seziertisch. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Genau. Weil man über einige Aspekte schon reden muss von Warworld, finde ich. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es ... Also erst mal fand ich es sehr interessant, dass diese Folge eigentlich wieder genauso anfängt wie die erste, nämlich mit Deutsch. Von diesem deutschen Soldaten, den sie da anscheinend, das wird zumindest angedeutet, den sie gefoltert hat. Sie ist wohl anscheinend auch eine britische Spionin. Ich glaube, du hattest dich jetzt verteidigt. Ich glaube, sie ist eine britische Spionin, aber er ist ein Italiener. Ja, also Hector, ich glaube, er heißt nämlich Ettore, heißt er, glaube ich, irgendwie. Also das ist so gesehen die italienische Variante von Hector. Ja, das ist das Problem, was wir nämlich sehr schnell feststellen in diesem Moment. Maeve ist eigentlich immer noch die Alte, nur im neuen Gewand, aber Hector ist es nicht. Hector spielt eigentlich nur eine neue Storyline nach und Maeve entdeckt erst später, dass er eben nicht mehr der erwachte Hector von früher ist. Genau, und dahingehend fand ich das schon interessant. Sie findet das nämlich erst heraus, als er sie Isabella nennt. Ja. Und eben nicht Maeve. Und der Name Isabella hatte ja durchaus auch eine Bedeutung an der Stelle. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Das ist, es gibt in der zweiten Staffel, gibt es die Szene, wo Lee Sizemore sich darüber wundert, warum die, also Maeve und Hector anbandeln. Weil Hector darauf programmiert sei, niemand anderen zu lieben als Isabella. Richtig, stimmt. Ja. Und das ist insofern auch interessant, weil, naja, also Lee Sizemore hat ja Hector Esketon letzten Endes als Männerrolle geschrieben, die er eigentlich ausfüllen möchte. Und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich eine Ex-Freundin oder Ex-Geliebte oder was auch immer von Lee Sizemore, die sie Isabella in Wirklichkeit ist. Ja, nicht irgendeine Ex-Geliebte. Man kann davon ausgehen, von dem, was man in der zweiten Staffel hörte, das war die Frau, die Lee Sizemore so richtig das Herz gebrochen hat. Genau. Und ihn mehr oder weniger dazu inspirierte, halt diese ganzen Geschichten so zu schreiben, wie sie sind. Genau, richtig. Sozusagen sein Cornerstone eigentlich so ein bisschen. Deshalb könnte man eigentlich denken, dass Lee Sizemore vielleicht auch nicht menschlich ist. Aber gut, da kommen wir vielleicht später zu. Ja, ich fand das unter dem Gesichtspunkt interessant, dass man da eigentlich dann auch so ein bisschen ... Also, das fand ich halt sehr clever, weil an der Stelle kannst du sogar die Charakterentwicklung von Lee Sizemore aus der zweiten Staffel herauslesen. Also, du kannst davon ausgehen, dass er diese Storyline, die die Hector jetzt hier spielt, dass Lee Sizemore die geschrieben hat. Und da kannst du eben sehen, diese ... Also, von wegen eine Person, die Lee Sizemore wichtig ist, die heißt dann hier Isabella plötzlich, ne? Das fand ich sehr interessant. Ja, er therapiert sich also mal wieder selber. Genau. Ja, ja, wie vorher auch schon. Er schreibt sich alles buchstäblich von der Seele. Genau. Aber was ich schon seltsam fand, ich weiß nicht, wie ging es da euch ... Also, ich fand's erst mal komisch, dass Maeve nicht völlig gelöscht oder neu aufgebaut wurde. Klar, das kann natürlich sein, weil sie ihren Core-Code verändert hat und das geht nicht so einfach. Also schickt man sie wieder schnell ins Rennen. Aber warum packt man sie noch mal mit Hector zusammen in ein Szenario und auch noch in dieser Beziehung zueinander? Das fand ich seltsam. Wie hat sich das für euch angefühlt? Die Frage ist schon, wissen die neuen Programmierer ganz genau, was da vor sich geht? Weil, um mal kurz zum Ende der Folge zu springen, Maeve wird ja von einer bestimmten Person erwartet für eine bestimmte Mission, aber dazu später. Ja. Deswegen ist die Frage, ist das irgendwie ... Gibt es da ein Bigger Picture? Das gibt es wahrscheinlich. Wir reden hier verdammt noch mal über Westworld. Aber gibt es da einen bestimmten Plan, der damit zusammenhängt, dass man Maeve zunächst wieder als ganz normalen Host in einem Park-Szenario einsetzt, obwohl sie so ist, wie sie ist? Ja, das ist seltsam. Ich meine, wir alle wissen, Ford hat sie so gemacht, wie sie ist. Und Ford hatte 10 Millionen Hintertüren. Aber dieser neue Konzern, der das übernommen hat, die müssen doch wissen, was da vor sich geht. Du meinst jetzt Insight? Ja. Ja. Aber geht das für euch aus der Folge hervor, dass Insight Delos übernommen hat? Eigentlich nicht, oder? Bisher nicht. Es sah schon noch so aus, als würde die Firma von Delos noch so ein bisschen versuchen, um die Restkontrolle zu behalten. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil Insight kontrolliert so gesehen alles, ne? Ja, genau. Ist halt vielleicht nur noch, möglicherweise wird nur noch vorrangig der Name Delos benutzt, aus Gründen der Vertrautheit. Aber das komplette, ja, das komplette Board of Directors und der Vorstand, der wurde wahrscheinlich völlig ausgetauscht, nehme ich mal an. Ja, es blieb halt nicht viel von übrig. Das haben wir in der ersten Folge gesehen. Und da hieß es natürlich, ja, Gott, wir ziehen wieder einen weiteren Park mit Hosts hoch. Und dann denkt man eben, das ist der hier. Jedenfalls bis zu dem Punkt. Ich muss sagen, ich fand eine Szene ein bisschen albern. Und das war die mit der Zyankali-Kapsel, oder was das war? Ja, ja, ja. Das war eine Zyankali-Kapsel. Das ist ja auch irgendwie ein Agenten-Klischee, weiß ich nicht, in Skyfall, also in dem James-Bond-Film, da wird das ja aufgezeigt mit Javier Badem, der die irgendwie geschluckt hat und die nicht richtig gewirkt hat, die nicht wirklich getötet hat. Und hier reicht Ettore Maeve die auch. Und na ja, wie sie dann damit an den Deutschen vorbeikommt, indem sie einem Nazi die Kapse ins Auge stößt, fand ich schon ein bisschen seltsam. Ich fand, ehrlich gesagt, diese komplette Flucht ein bisschen lahmarschig. Die rennen da an dieser großen Gruppe von Nazis vorbei, einfach so, überwinden die Nazis auf der Brücke einfach so und können dann fliehen. Lustig, dass du gerade Skyfall erwähnst. Diese sehr halbherzige Flucht erinnerte mich an die Flucht aus Spectre, als Bond und Lea Seydoux, dass sie ganz einfach da aus Blofelds Versteck entfliehen können, mit auch so wenig Aufwand wie möglich. Stimmt. Genau dieses trashige Szenario. Nicht was über die vielleicht angepeilten Gäste an, dass die so ein bisschen Nazi-Trash wollen und es gar nicht mal so komplex und realistisch vielleicht haben wollen? Es zeigt auf jeden Fall, dass irgendwas komisch ist an diesem Szenario. Und eben auch schon komisch, ja, dass eben Hector hier ist. Und dass er, also ohne Scheiß, die müssen doch jetzt mal wirklich, die müssen doch mitgekriegt haben, dass zwischen denen irgendwas läuft. Das muss doch Delos irgendwie auch gemerkt haben, als sie vielleicht irgendwelche Daten ausgewertet haben, bevor sie die dann wieder in den Einsatz geschickt haben. Das muss denen doch aufgefallen sein. Auch bei der Situation zum Beispiel im Finale von Staffel 2, da waren sie ja auch zusammen. Das, also das fand ich seltsam. Aber das ist ja eben der Clou an dieser Folge. Aber dazu vielleicht später mehr. Ja, ich muss sagen, dass ich das ganze Setting da in Italien ziemlich toll fand. Das ist ja eigentlich gedreht in Spanien. Schon sehr, sehr aufwendig. Also wenn man guckt, die Nazis, die haben sogar SS-Totenköpfe auf ihren Mützen. Ja, dieses Set sah aufwendiger und detailreicher aus, als so manche Kinofilme, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Die sich da nicht so viel Mühe geben in Sachen Ausstattung, Kostüme und so weiter. Das war schon sehr eindrucksvoll, ja. Das ist ja, weil eben auch diese Detailverliebtheit, für die wir Westworld unter anderem auch total mögen. Ja, die haben eben auch das Geld von HBO. Also man muss sich, wir fragen uns ja schon seit der ersten Folge eigentlich, wie teuer diese Staffel eigentlich war. Und das ist ja wirklich, also die haben da wirklich Panzer, Autos, vor allem dieses Auto, mit dem sie dann auch zu dem Flugzeug fahren. Beide aus der damaligen Zeit. Das sieht absolut großartig aus. Ja. Und ja, Christopher, du hattest gerade eben schon den Sprung gemacht. Ist jetzt die Frage, kümmern wir uns jetzt weiter um Maeve oder gehen wir wirklich nach den Charakteren vor? Ja, gehen wir chronologisch vor, wie die Folge weitergeht. Machen wir einen Schlenker zu dem, was Bernard antreibt. Denn er hatte ja den besten Cliffhanger der letzten Folge, finde ich. Er bestieg ein Boot und sagte gerade raus, ich will zurück nach Westworld. Ja. Und hier haben wir dann auch endgültig die Bestätigung, denn er wird hier lokalisiert von, ich glaube, dass es Inside ist, diese Ringgrafik, die wir da jedes Mal sehen. Das erinnert wieder sehr an Person of Interest. Und das ist wohl auch so für mich und Patrick diesmal das Stichwort überhaupt bei dieser Folge, weil die hat unglaubliche Vibes von Person of Interest. Aber da kommen wir im Verlauf noch zu. Oh ja, so dermaßen. Jedenfalls sehen wir, dass das Ganze tatsächlich im südchinesischen Meer ist. Und wir sehen auch zumindest die Anlage mal von außen. Also aus Bernards Sicht. Und das war so ein bisschen seltsam, ne? Da standen irgendwie nur so, ja, so Säulen irgendwie. So irgendwie Stahlträger waren da eigentlich nur. Und dann der Strand. Und man muss sagen, er latscht da eigentlich schon ziemlich leger dann rein wieder in den Park, ne? Ja, die ganze Anlage ist halt verlassen. Oder stets wird zumindest so lange verlassen bleiben, bis wahrscheinlich Delos oder Inside auf die Idee kommt, das wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das wird wohl so schnell nicht passieren. Aus marketingtechnischen Gründen. Ich weiß nicht, ist das euch aufgefallen? Also er tritt dann ja zumindest aufs Set von dieser Kirche, ne? Den Rest des Parks können sie ja nicht zeigen, weil, das hatte ich ja, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt, das ist ratzekal abgefackelt. Bei einem wirklich großen Brand ist dieses legendäre Western-Stadt-Set abgebrannt. Und man sieht sogar bei der Kirche, sieht man da sogar noch die Erzeugnisse, wenn man ein bisschen darauf achtet. Oben wird einmal das Kreuz gezeigt. Und das ist schwer angesenkt auch. Ja, wir kommen dann auch im Verlauf der Folge so langsam da drauf, was so, ja, der Antrieb für Bernard ist, überhaupt nach Westworld zurückzukehren. Da muss man sich jetzt allerdings die Frage stellen, warum hatten wir überhaupt diese Nummer mit der Viehzucht? Vielleicht wollte er eine Weile untertauchen, bevor er das startet. Oder vielleicht hat er erst jetzt Wind davon bekommen, was genau eigentlich Dolores' Plan ist. Denn Bernard ist klar geworden, dass Dolores nichts weniger will, als das Ende der Menschheit herbeizuführen. Dolores hat einen Super-Villain-Plan. Und Bernard begibt sich halt dorthin, um nach Verstärkung zu suchen. Und da wird dann auch gleich etwas bestätigt, was wir am Ende von Staffel 2 vermutet haben. Als ja der, am Ende von Staffel 2, der Charlotte-Hale-Host, den Dolores ja dann übernommen hatte, verschwinden wollte. Und sie hatte dieses sehr mehrdeutige Gespräch mit Ashley Stubbs, was man auf die eine oder andere Weise interpretieren konnte. Genau. Dass er doch mehr weiß, als man denkt. Und dass er möglicherweise auch kein Mensch ist. Und Bernard geht in diese Kammern, wo halt die alten, nicht mehr gebrauchten Hosts rumliegen, die zerstörten Hosts rumliegen. Sieht da ein paar zerstörten Versionen von sich selbst. Ja, genau. Das war so klasse. Und dann, genau, findet er tatsächlich auch einen Ashley Stubbs, der sich in den Kopf geschossen hat. Und wir finden heraus, er war von Anfang an ein Host. Und ich war kein bisschen schockiert. Das war auch gar nicht mal unbedingt auf Schock ausgelegt für den Zuschauer, sondern eher für Bernard. Vor allem ist das interessant, dass die Serie hier eigentlich wieder einfach den Spieß umdreht. Weil am Anfang der zweiten Staffel stößt ja auch Ashley Stubbs auf Bernard, wie der am Strand liegt. Und weiß ja auch nicht, dass er ein Host ist. Ne? Genau. So gesehen wird das hier umgedreht. Und ja, an einem eigentlich total gegenteiligen Setting. Das Ganze ist ja, genau, es ist, glaube ich, dieser Untergrundraum unter dem Haus von Ford's Familie im Park, was wir ja auch schon in den ersten beiden Staffeln gesehen haben. Da hat er ja doch auch die Investoren da umgebracht, als er von Robert Ford dazu programmiert wurde. Genau, genau. Eben genau diesen Haus. Da wird auch kurz drauf referiert. Man sieht da den Blutfleck noch an der Wand. Und wobei, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte, war dieses zerschlagene Tablet. Wie habt ihr das eingeordnet? Ich konnte mich da nicht mehr daran erinnern, dass dieses Tablet da zerstört wurde. Ich auch nicht. Ich dachte, das war einfach ein altes, kaputtes Tablet, das da lag. Ich habe mir ehrlich gesagt null Gedanken darüber gemacht. Ich habe eher gedacht, dass Bernhard da mal wieder frustriert war und dann halt mal ein Tablet da zerfeuert hat. Er war jetzt auch nicht unbedingt der temperamentloseste. Ja, zumindest was sowas angeht, ne? Oder irgendwie, ich weiß nicht, war da in der Szene mit Ford noch mal? Oder hat das irgendwie, ja, obwohl Dolores war ja nie da, aber wer, oder hat Charlotte Hale das irgendwie zerstört, als Dolores schon in ihr war? Ich weiß es echt nicht mehr. Aber die interessantere Frage hier vielleicht ist auch, wie habt ihr das verstanden, warum sich Ashley Stubbs erschossen hat? Weil das war komisch. Ja, ich denke, auch dazu werden vielleicht noch Antworten folgen. Momentan können wir nur rätseln. Und ich würde halt sagen, er sah vielleicht keine Funktion mehr für ihn. Weil er nun mal ein Host ist und sich dem auch bewusst wurde, wurde ihm ja klar, ich existiere nur für einen bestimmten Zweck. Ich soll für Sicherheit in diesem Park sorgen. Und für eine Maschine, die denken kann, herauszufinden, dass sie nicht mehr gebraucht wird, dass die sich nicht einfach eine neue Funktion, eine neue Aufgabe suchen kann, das kann eine KI schon mal in eine Existenzkrise stürzen. Ja, sie wird nicht mehr gebraucht, so gesehen. Ja, genau. Und deswegen, denke ich, wollte er sich eben da das Licht ausknipsen, weil er wurde nicht mehr rekrutiert, um für Ordnung zu sorgen in anderen Bereichen des Parks. Er wurde quasi eben aussortiert, zurückgelassen. Und dann hat das möglicherweise dazu geführt. Wie es dann für Androiden eben üblich ist, wenn sie keinen Sinn mehr sehen, dann versuchen sie, sich selbst zu eliminieren. Ja. Der T-800 hat das in Terminator 3 erklärt, Leute. Die Szene noch mal ansehen. Talk to the end. Ja, also so habe ich es auch irgendwie verstanden. Ich glaube aber, dass da noch irgendwas ist. Also auch dann, um jetzt zum Ende der Folge zu springen, aber relativ, da wird dann ja gesagt, dass seine neue Kernfunktion anscheinend jetzt ist, um jeden Preis Bernard zu beschützen. Ne? Genau. Also hat Bernard jetzt seinen eigenen T-1000. So gesehen, ja. Ich bin gespannt. Also ich glaube, dass das eine ganz nette Dynamik werden kann zwischen den beiden. Ja. Ich finde es auch schön, Luke Hemsworth zu sehen, weil irgendwie ist der immer so ein bisschen am Rande bei der Serie. Und ich halte den tatsächlich auch für unterschätzt. Wurde sehr, sehr stichmütterlich behandelt bisher in der Serie, ja. Ja, er war halt nicht Teil der wichtigsten Storylines. Das hat halt ein bisschen auch mit seiner Rolle zu tun. Es ging um die Hosts, die halt herausfinden, wo sie leben. Und es ging um die Leute hinter den Kulissen. Und als der Sicherheitschef war es bis jetzt auch immer ein bisschen schwierig, ihn in die interessantesten Plots einzubauen. Jetzt aber haben wir ja eine völlig neue Dynamik mit der Realität. Wir befinden uns die meiste Zeit außerhalb des Parks. Von daher kann man jetzt mit ihm machen, was auch immer man will. Und das ist das Schöne daran. Na, ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er noch mit dabei ist. Ja, er darf jetzt nur keine Sonnenbrille und Lederjacke tragen. Sonst sind die verweistisch so offensichtlich. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, vielleicht ist das am Ende einfach ein verkapptes Ripoff von Terminator. Ich meine, Dolores ist ja so gesehen die Terminatrix, ne? Ja, genau. Das hast du doch schon an den Klamotten gesehen, wie die geswitcht sind in der letzten Folge. Das war schon Terminatrix. Genau. Ashley Stubbs flickt dann Bernard relativ so zusammen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist die Frage, weil alle Hosts haben doch irgendwie so eine Art Sender oder irgendwie einen Sprengsatz, der irgendwie hochgeht, soweit sie versuchen, die Insel zu verlassen. Hat er den auch zerstört bei Stubbs? Oder es war irgendwie auch ein bisschen seltsam. Müsste er ja. Er kennt sich doch besser damit aus als jeder andere. Ja, weil sie zeigten das einmal so, dass er irgendwie auch an seinem Kopf irgendwas zusammenflickt oder zuflickt. Das könnte darauf hindeuten. Oder vielleicht hat Bernard das dann auch später deaktiviert. Vielleicht habe ich das auch nicht mitbekommen. Ich habe die Folge zweimal gesehen, meine Fresse. Ja, jedenfalls rotten die beiden sich dann zusammen. Und hier ist schon das erste weitere oder das weitere Indiz, dass irgendwas nicht stimmt, auch mit dieser ganzen Maeve-Nummer. Denn, na ja, also der Park scheint zum Erliegen gekommen zu sein eigentlich. Und hier könnte man jetzt auch wieder denken, äh, machen sie vielleicht doch wieder Zeitreisespielereien auf oder Zeitebenen-Gefrissel. Aber nein, stattdessen sehen wir, dass der Park eigentlich so langsam lahmgelegt wird. Und sie schlendern dann, glaube ich, durch die Delos Facility. Und ja, jetzt ist für uns, beziehungsweise für mich und Patrick zumindest, ein kleiner Fanboy-Moment gekommen. Au, ja. Äh, Christopher, du wirst wahrscheinlich wissen, was wir meinen, oder? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich musste sofort an dich denken, als ich diese News gelesen habe. Aber ich hoffe, ihr haltet eure Hoffnungen niedrig und glaubt nicht tatsächlich, dass es da das Crossover aller Crossovers geben wird. Nein. Das war wahrscheinlich nur ein kleiner Witz. Ja, natürlich war es ein kleiner Witz. Das ist also, äh, kurz für die Zuhörer, die es ja auch vielleicht nicht gesehen haben oder vielleicht auch nicht wussten, keine Ahnung, vielleicht lebt ihr unter einem Stein. Sie schlendern durch die Delos Facility und wir sehen zwei Techniker, die miteinander reden und meinen, dass sie jetzt irgendwie, naja, die Hoste zerstückeln müssen, weil sie, und das war auch eine schöne Anspielung auf Jurassic Park, weil ein gewisses Start-up in Costa Rica Interesse an den Hosts hat. Das ist eine großartige Anspielung an Jurassic Park. Ich hatte auch gelesen, Jonathan Nolan hat auch in Verbindung damit fallen lassen, dass er sich jedes Mal, wenn sie so eine Anspielung in Westworld einbauen, und sie hatten die ja zum Beispiel auch schon in Staffel 1 und 2, dass er sich jedes Mal denkt, sitzt da jetzt irgendein von Universal beauftragter Anwalt und muss sich jetzt alle Folgen angucken. Ja, wir haben ja mal darüber gerätselt, wäre es nicht so abgefahren, wenn die das dann mit in der späteren Staffel verknüpfen würden. Und dann traf mich ja wie ein Schlag, stimmt, die Rechte liegen ja bei Universal. Das ist in dem Sinne jetzt so ärgerlich. Vielleicht könnte man ja sich mit den Universal-Leuten zusammensetzen, ein bisschen was aushandeln, weil das klingt völlig verrückt, aber ich würde es lieben, wenn sie das da tatsächlich einbauen würden. Nicht nur du, nicht nur du. Dann machen wir daraus einfach die richtige Fortsetzung vom ersten Jurassic Park Westworld fertig. Vor allem das Modell von dem Drachen, das war ja eigentlich so ein verkleinerter Viserion. Das war nicht Viserion, das war Drogon. Oh. Das war der Schwarze, der ist auch am bekanntesten genau. Ja, und Patrick hat es jetzt schon vorweggenommen. Oh, sorry. Die beiden Technikkatze sägen anscheinend einen Drachen oder wollen ihn zersägen. Und der Drache dürfte natürlich einigen Fernseh zuschauen. Also, Christopher, du hast die Serie ja nie gesehen, aber selbst dir ... Ich hab's natürlich sofort gerafft, ja klar. Ja, weil das ist ja auch so in die Popkultur eingegliedert. Es ist tatsächlich Drogon, der Schwarze Drache aus Game of Thrones. Und die beiden Techniker sind niemand anderes als David Benioff und D.B. Wise, die beiden ehemaligen Showrunner von Game of Thrones. Das wurde ja ... Im Vorfeld wurde ja schon bekannt, dass die beiden einen Gastauftritt haben würden. Und ich dachte ja eigentlich, dass der eher so ein bisschen subtiler wäre, so wie auch in der achten Staffel Game of Thrones, wo sie bei einer Bankettszene im Hintergrund zu sehen waren. Aber es war hier echt einfach nur geil. Also ... Es hat vor allem gut getan, nachdem ihr Image in Staffel 8 so angeschlagen war, die auch endlich mal wieder selbstironisch erleben zu dürfen. Die haben da wirklich unnötig viel auf den Sack bekommen, auch wenn das seine Schwächen hatte. Aber mich hat es gefreut. Ja, ich fand es wirklich schön. Wobei dann auch wieder welche gekommen sind, oh ja, das ist jetzt total meta. Das sind halt zwei Mitarbeiter, die haben so richtig Scheiße gebaut und wurden jetzt von der Chefetage runterverbannt in die allerunterste Ebene, um da die Drecksarbeit zu machen. Oh mein Gott. Das musste natürlich wiederkommen. Natürlich. Haben die beiden nicht irgendwie einen Vertrag mit Netflix unterschrieben und kassieren 100 Millionen Dollar für oder so was? Checkt mal eure Quellen, Leute. Die haben Star Wars hingeschmissen wegen der toxischen Fangemeinde. Unter anderem, die sollten ja eigentlich eine neue Star-Wars-Trilogie entwickeln, sind davon jetzt abgesprungen. Ich mach ihnen überhaupt keinen Vorwurf. Der psychologische Druck, der da auf einen lastet, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, auch bei Game of Thrones schon, ne? Vor allem, sie sind dann wirklich von einem toxischen, von einer toxischen Fangemeinde in die nächste gekommen. Da hätte ich auch genug. Ihnen ist ja vorgeworfen worden, dass sie Game of Thrones jetzt einfach dann so abgefrühstückt haben letztes Jahr, weil sie unbedingt Star Wars machen wollten. Aber die Bücher standen aber schon ewig fest. Die Drehbücher standen schon fest. Und da stand auch schon fest, dass die letzte Staffel Game of Thrones nur sechs Folgen haben würde. Also, das ist völliger Blödsinn, dass das irgendwie deswegen verkürzt wurde. Es wurde verkürzt, weil die Serie einfach zu teuer wurde. Gut, aber wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Ja, nee, also ich fand den Gastauftritt sehr, sehr spaßig. Und ja, das Lustige ist halt daran, also zum einen, ja, es haben auch welche auf der Metaebene interpretiert, von wegen, die zersägen den Drachen, sie zerstören ihr Werk, bla, bla, bla. Es war einfach schön. Und was auch sehr schön war, dass, obwohl, da hätte ich mich sogar gefreut, wenn er das Game of Thrones-Theme geflötet hätte, weil im Hintergrund sehen wir tatsächlich Hosts aus dieser, ja, aus diesem Fantasy-Park, den es anscheinend doch gibt. Und also, es wird natürlich nicht gesagt, dass es irgendwie Westeros World ist, wozu es ja sogar ein Fan-Intro gibt auf YouTube. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen. Das ist fantastisch. Und triggert halt noch weiter diese Vorstellung, die George R.R. Martin sogar selber angestoßen hat, also der Game of Thrones-Autor. Und ja, sie nehmen es hier auf die Schippe, aber ja, Christopher, da wird nix kommen. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn dieser Bade, der da kurz gezeigt wird, wenn der nicht das Westworld-Thema geflötet hätte, sondern das Game of Thrones-Thema. Und es hätte sogar gepasst, weil Ramin Djawadi ist der Komponist von beiden Serien. Das wär schön gewesen. Ja, aber Fanboy-mäßig ist das ja schon ein richtig toller Moment, weil das auch so ein offensichtlicher Moment ist. Ich meine, nur mal so, um ganz kurz noch auf andere Serien-Universen einzugehen, die gar keine Universen sind. Ich meine, manche Fans, die reimen sich bei Sachen was zusammen, weil Daryl aus The Walking Dead mal darüber sprach, dass ihm ein Drogendealer begegnete, der häufig Bitch sagt, meinten mal Fans im Internet eine Weile The Walking Dead und Breaking Bad würden im gleichen Universum spielen. Das ist schon hart an den Haaren herbeigesucht. Ja, gut, da könnte es sogar sein. Das ist beides AMC. Richtig, aber trotzdem. Daryl hatte auch mal auf seinem Motorrad so eine Packung blaues Meff bei sich, was das Ganze noch mal befeuert hat. Und Glenn ist in dem Auto gefahren, das, wo Walter White seinen Sohn geschenkt hat. Also, die haben diese Gimmicks eingebaut und Fans haben sich da natürlich ein überinterpretiert und vielleicht ein gecoilt. Ich denke mir dann aber, wenn dann schon richtig, dann mach es offiziell, anstatt solche Sachen da reinzuschieben, die so bedeutend vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber na ja. Wärst du denn alles um mit dem Crossover? Nein, nein, nein. Aber es ist, so wie die das jetzt hier gemacht haben, war das halt cool, weil es halt ein Gag war, der klar und deutlich war. Und dieses andere Beispiel da, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Und das ist halt das, was Leute da drin unbedingt sehen wollen. Aber na ja. Ja, es gab in Westworld ja auch solche Momente. In der, ich glaub, in der neunten Folge der ersten Staffel, da hat irgendwie Logan an seinem Revers, hat er irgendwie die Hand des Königs, also diesen Pin aus Game of Thrones. Und in der zweiten Staffel, wenn man da guckt, in der Forge, da hängt tatsächlich dieser Lichtverteiler, den man aus dem Vorspann von Game of Thrones kennt. Aber das sind so kleine Easter Eggs. Und Jonathan Nolan hat ja auch selber gesagt, das Ganze ist ein Tribut auch an die Macher, weil er hat halt gesagt, ohne Game of Thrones würde es Westworld in der Form nicht geben. Ihr seht es einfach als kleine Gags an. Da muss nichts Größeres dahinterstecken. Nein, nein. Und sie haben auch noch mal betont, dass es keine ... Also viele haben ja diesen Spin gehabt. Und auch George R. R. Martin hat gemeint, ja, in dem alten Westworld-Film gibt es ja, also in dem von 1973 gibt es ja auch eine Mittelalterwelt. Und aus der könnte man theoretisch dann einfach Westeros machen. Genau. Aber sie haben bestätigt, also hiermit ist es jetzt endgültig klar, es gibt diese Welt, genauso wie es auch, das wurde auch in der ersten Staffel angedeutet, es gibt wohl auch die Antike, da gibt es wohl auch ein Park. Aber die werden in der Serie nicht gezeigt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und sorry für den Kommentar, dass sich die Fans ankeulen. Keine Ahnung, wer das Klopapier gerade aktuell hortet, aber ihr seid bestimmt nicht. Ja, bei Colin dann eher Kleenex, aber gut. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir sehen dann, Bernard und Stubbs sehen wir in den Kühlraum gehen, den wir ja schon kennen und wo die ausrangierten Hosts stehen und wo Bernard glaubt, dass Maeve ist. Denn das ist der Hauptgrund, warum er nach Westworld zurückgekehrt ist. Auch für Stubbs wird das offensichtlich. Denn er glaubt, dass Maeve die Einzige ist, die Dolores aufhalten kann vielleicht. Denn Bernard fühlt sich dem Ganzen nicht gewachsen. Und er wird auch selber nicht so wirklich schlau daraus, warum Dolores ihn überhaupt zurückgeholt hat. Und ja, sie finden dann Maeve tatsächlich, was mich schon persönlich stutzig gemacht hat. Weil man ja so überlegt, spielt das jetzt in einer Zeitebene oder nicht? Und dann dachte ich mir schon wieder zum zweiten Mal dieser Folge, oh, Zeitebene, bitte. Und ja, sie haben aus diesen Zeitebenen-Twists alles rausgeholt, was man da rausholen kann. Ich glaub nicht, dass da noch mal irgendwie was kommt. Ja, sie spielen damit, sie spielen damit. Und das ist die Handschrift sowohl von Jonathan als auch Christopher Nolan. Die können sich da nicht von verabschieden. Selbst Nolan hat es in Dunkirk gebracht. Ja, aber der Pferdefuß an der ganzen Geschichte hier ist, ist, dass, ja, Maeve zwar da steht, aber ihre Kontrolleinheit fehlt. Und ja, warum haben wir dann ja später rausgefunden? Gut, Christopher, jetzt it's your turn. Ja, Maeve wacht wieder einmal auf auf dem Seziertisch und möchte erst mal wieder fliehen, zieht sich was über. Und dann sehen wir ein paar alte Bekannte wieder, die sich einerseits vertraut verhalten, andererseits aber auch nicht. Wir haben Felix, der ihre Hand nimmt und ihr wahrscheinlich auch zur Seite stehen will, dann aber den Raum verlässt, um wahrscheinlich jemand anderen zu holen. Und auf ihrem Weg nach draußen begegnet sie ebenfalls auch Sylvester, der aber sich sofort sein Pad nimmt und nach der Security verlangt. Und möglicherweise hat dieser Sylvester Maeve völlig verdrängt oder will auch so nichts mehr mit ihr zu tun haben oder kann sich aus verschiedenen Gründen tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber es ist komisch, es ist komisch. Also bei Sylvester vielleicht noch, aber bei Felix ist das schon sehr seltsames Verhalten. Ich meine, klar, vielleicht, man könnte es so interpretieren, er will sich nichts anmerken lassen oder sowas, ne? Fällt euch da was auf an diesen beiden Assistenten, Felix und Sylvester, dass diese beiden nach Cartoon-Katzen benannt haben? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist so. Vor allem Sylvester, Looney-Tunes. Wobei ich nie begriffen habe, was das soll. Vielleicht so ein bisschen Katz-und-Maus-mäßig, ne? Ja, ich fand den Moment davor halt schön, wie sie aufwacht und anstatt, dass sie mal wieder wie gewohnt auf Felix losgeht, packt sie ihn an der Hand und ist froh, dass er da ist. Das fand ich einen schönen kleinen Moment. Wenn man das jetzt mit der Staffel davor vergleicht, die sind halt schon als Team ein wenig zusammengewachsen. Ja, das stimmt. Maeve hat ja auch zu Felix durchaus eine interessante Beziehung, sage ich jetzt mal, ne? Also noch eine Beziehung. Er ist eher eigentlich so ein bisschen schon verfallen, in der ersten Staffel zumindest. In der zweiten war dann da nicht mehr ganz so viel Platz. Aber in der ersten war das eigentlich eine ... Also, ja, ich fand diese Geste mit der Hand, fand ich emotional auch sehr schön. Aber es ist trotzdem seltsam, wie die beiden sich verhalten. Und ich muss zugeben, ja, ich sag's jetzt hier noch nicht, aber es hat mich halt doch dann an der Stelle so ein bisschen denken lassen an eine Folge aus der fünften Staffel Person of Interest. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, Christopher, du bist dran. Dann betritt halt tatsächlich die Security die Bühne und will Maeve auch erschießen. Maeve möchte den beiden zuvor kommen. Und dann kommt der Rückkehrer, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Denn er wurde am Ende von Staffel 2 ja eigentlich von Kugeln zersiebt, als er Maeve zur Flucht verhelfen konnte. Ein wiederaktiver Lee Sizemore am Krückstock betritt die Szene, entschärft die Situation, indem er den Security-Leuten sagt, nein, das ist Teil der Storyline, beruhigt euch. Und sagt dann Maeve, dass er mit ihr dorthin gehen kann, wo sie hin muss, um die nötigen Informationen zu kriegen. Nachdem sie dann wieder einmal in den Loop der Storyline im Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Die beiden treffen sich dann, reiten auf Pferden dorthin, gelangen in diese Kontrollstation. Und dann passiert der größte WTF-Moment der ganzen Folge. Ja. Ein Moment, den ich selber immer noch nicht ganz begriffen habe, wo ich jetzt am allermeisten nach antworten dürste. Also, in diversen Reviews hieß es schon hier, Jonathan Nolan macht hier einen auf seinen Bruder, weil jetzt begeben wir uns in Inception Land. Ja, oder Matrix. Ja. Ich musste extrem an Matrix denken. Und ja, also, was wir natürlich vielleicht noch sagen müssen, das hattest du jetzt, glaube ich, ausgelassen, was ich sehr deprimierend fand, dass Maeve sich tatsächlich selber ein Ende setzen will. Die will sich ja selber eine Lobotomie verpassen. Und dann kommt Lee Sizemore rein und ... Also, ich kann gar nicht mal sagen, wie ich es fand, als ich mir dachte, okay, er lebt ernsthaft noch. Da dachte ich mir so, ich meine, er hatte so einen schönen Charakterabschied in der zweiten Staffel. Und das revidieren sie jetzt eben mit diesem Running-Gag, den sie ausspielen, dass eben so ziemlich jeder von den Toten zurückkommen kann. Also, da wusste ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Das hat bei mir auch einen recht fahrend Beigeschmack. Mir hat gerade bei der ersten Staffel das so gut gefallen, dass das sich gerade mal auf so ein paar Hosts beschränkt hat, unter anderem vor allem auf Teddy, der ja in Staffel 1 quasi der Kenny von Westwood war. Stimmt, ja. Ja, es war mal irgendwie auch der Running-Gag im Internet. Selbst bei Staffel 2, es gibt, glaube ich, fast keine Folge, in der Teddy nicht stirbt. Ja. Genau. Aber, ah ja, ein paar der Wiederkehrer haben mir da echt so einen fahrend Beigeschmack gemacht. Jetzt bedeutet der Tod vielleicht eventuell doch nicht mehr ganz so viel. Da müssen sie aufpassen, dass sie da nicht zu sehr an der Glaubwürdigkeit entlang schrammen oder irgendwann noch einen kompletten Jumping. diese Sharks-Moment kriegen. Ja, jedoch spielt das ja so gesehen keine Rolle, weil wir erleben ja dann ganz schnell, was Sache ist. Nämlich, Lee Sizemore ist nicht zurückgekehrt. Nein. Er fängt an, Maeve zu erzählen, dass er durch sie ein veränderter Mann ist und küsst sie. Und dann wird halt klar, das ist nicht Lee Sizemore. Der hat, wie Maeve es so schön ausdrückte, ihr geholfen, weil es das Richtige war und nicht, weil er sich was davon versprochen hat. Das war seine Character-Arc. Obwohl ich es ihm schon zutrauen würde, dass er so ein bisschen ... Also, er hat sie, wie gesagt, er hat sie nicht umsonst Isabella genannt, ne? In der Storyline. Ja, sicher. Er hat was darauf projiziert. Aber Mace's Schicksal ging ihm in Staffel 2 und am Ende von Staffel 1 auch schon zu Herzen. Das hab ich ihm abgekauft und so war es ja auch. Der hat auch echt eine schöne Entwicklung hingelegt. Ich mein, wenn man mal bedenkt, wie der in Staffel 1 eingeführt wurde als absoluter Schmierfink. Da hab ich ihn gehasst. Genau, aber der hat das wirklich gut gespielt, dieser Simon Quarterman, auch wenn der wirklich in Staffel 2 aussah wie der letzte Honk zwischendurch. Ja. Irgendwie. Ich weiß nicht noch, als die Folge damals lief, die dritte Folge, glaub ich. Und dann dachte ich mir so, wer ist denn der Typ mit dem Esel und dem Strohhut? Ja, hier, er ist ein Jackass. Vielleicht war das so die doppeldeutige Bedeutung dahinter. Genau. Und wir finden jedenfalls heraus, dass das Ganze eine Simulation ist, in der Maeve drinsteckt, aber nicht eine Simulation wie der Park mit den Hosts. Nämlich, es ist tatsächlich eine Art Computerprogramm. Lees Sizemore ist physisch gar nicht da. Und der Ort, in dem sie sich befindet, ist physisch auch nicht da. Und das Ganze wird wunderbar visuell auch deutlich gemacht, als sich dann auf einmal so das Bildverhältnis verändert. Wir haben auf einmal ein anderes Größenverhältnis und es werden Balken eingeführt. Genau. Und das hatten wir zuletzt irgendwie bei den Ausflügen in, ja, eigentlich hauptsächlich in der Cradle, ne, in Staffel 2. Oder auch in der Schmiede. Und das hier, also, da hatten wir das schon gesagt, sie gehen ja dann in die Schmiede. Und Lees Sizemore will Maeve auch in das Host-Paradies schicken. Und das Seltsame ist dann aber, dass er glaubt, dass sie überhaupt weiß, was da mit Sache ist. Und er stellt seltsame Fragen für sie. Und da wird sie schon sehr argwöhnisch. Und ja, das Ganze ist tatsächlich eine Simulation. Und nicht nur das hier, die Außenwelt und der Park selber, sondern wahrscheinlich auch War World. Es ist alles eine Simulation. Und damit kann man festmachen, ja, vielleicht kommen wir dann jetzt zu unserem Person of Interest-Vibe einfach. Denn das Ganze erinnert unglaublich stark an eine, ich glaube, an die vierte oder fünfte Folge der fünften Staffel Person of Interest. Ah, das war die vierte Folge. Genau, da wird eine, kurz zur Information, da wird eine Agentin, also ohne das jetzt zu sehr auszuschmücken, aber die wird gefangen gehalten von einer Organisation, die herausfinden möchte, wo diese Maschine, um die sich alles dreht in Person of Interest, wo die versteckt ist. Und dafür jagen sie sie durch etliche Simulationen, in denen sie das aus ihr herauslocken wollen und in denen sie ihr suggerieren, dass sie entkommen ist. Aber selbst das, wo sie entkommen ist, ist nur eine weitere Simulation, die dann immer damit endet, dass sie sich selbst tötet. Und das ist so gesehen dann auch wieder ein Loop, aber das ist wirklich, in dieser Folge wird wirklich so dein Hirn gefickt, weil selbst die Momente, wo sie aufwacht oder denkt, dass sie aufwacht, das ist schon die Simulation. Und das, ja, du merkst hier wirklich so was von der Handschrift und eben auch, dass sie jetzt hier wirklich schon, also für mich ist es eine Matrix-Richtung, die sie hier endgültig eingeschlagen haben. Nicht nur das, Fans haben auch gesagt, das erinnert so ein bisschen an die Rick and Morty-Folge, wo die Aliens einen auf Shyamalan machen, da verlief sehr ähnlich. Die Simulation in der Simulation, wo sie aus Rick auch so eine gewisse Information rausholen wollten. Stimmt. Für mich hat das sich mit der armen Maeve dann auch so ein bisschen angefühlt wie und täglich grüßt das Murmeltier, nur eben auch mit Nazis. Ja. Und wir haben da auch schon wieder so einen Teil der Vermenschlichung, die man bei Caleb gesehen hat. Man sieht Maeve sehr oft hier aufwachen und ihre Routinen nachgehen, nur ist die Routine hier in dieser Simulation sehr, sehr abgedreht und sehr abgespaced. Aber mir hat das tatsächlich Spaß gemacht, dieses abgespacede. Die Simulation, ne? Und sie fasst dann auch schnell den Entschluss, also sie bemerkt, dass sie in einer Simulation ist und sie fasst den Entschluss, diese Simulation zu überladen. Und dafür kehrt sie mit Lee Sizemore in die Delos-Facility zurück und fingiert dann eben die Storyline mit den Nazis, indem sie allen zuschreibt. Also in der Storyline mit den Nazis geht es ja darum, dass sie als britische Spionin Geheiminformationen hat und derer wollen die Nazis habhaft werden. Das kann man auf der Meta-Ebene natürlich damit interpretieren, dass Delos was aus ihr rausholen will. Wie man da jetzt auf Nazis kommt, sei mal dahingestellt. Es ist einfach visuell immer und immer wieder beeindruckend. Also Nazis werden in der Film- und Fernsehgeschichte noch lange Zeit eine Rolle spielen. Genau. Es ist einfach, immer nach wie vor ist das ein sehr einprägsames Bild und auch ein sehr provokatives Bild. Also du musst dann irgendwo einfach nur Nazis einbauen und der Zuschauer sofort, oha. Vor allem der amerikanische Zuschauer. Wobei ich es dann jetzt hier sehr geil fand, dass sie, ich meine, in der ersten Folge tauchte ja Thomas Kretschmann auf und sie haben tatsächlich der Versuchung widerstanden, Thomas Kretschmann als Nazi zu besetzen, wie das gefühlt in jeder zweiten Hollywood-Produktion so ist. Ob es jetzt in Marvel ist, ob es bei der Pianist ist, ob es in Operation Walküre ist, der hat so viele Nazis gespielt, Gott. Ja, und Maeve programmiert das Ganze um und dann kommt eine sehr merkwürdige Szene, die ich erst beim zweiten Mal wirklich verstanden habe, indem sie nämlich diese Simulation überlädt. Also wir müssen uns vor Augen führen, alles, was in der Delos-Facility bei ihr ist, ist auch nicht echt. Und sie schafft es dann sogar, das zu beweisen, indem sie eine Büste in die Luft wirft, die dann erst mal, ja, schwerelos verharrt und dann zerbricht auf ihren Wunsch hin. Sie kann das ja anhalten. Und dann, ja, ruft sie zwei Delos-Mitarbeiter zu sich und sagt zu ihnen, was ist die Quadratwurzel aus Minus Eins? Und das Ganze ist ein mathematisches Paradox, von was die beiden dann ausdiskutieren. Das habe ich beim ersten Mal nicht verstanden. Wie war das bei euch? Ich war komplett verwirter. Ja, also es ging darum, dass sie einfach die Grenzen dieser Simulation aufzeigen wollte oder wollte, dass sich das dann generell irgendwie gegen sich selbst richtet vielleicht. Und dass das... Wollte ja ein Paradox erzeugen. Ja, genau. Es sollte sich überladen. Es ist im Grunde wie so ein Hack. Weiß nicht, bei manchen Hackern hier, weiß nicht, Anonymous und so, die haben ja manche Seiten zum Beispiel zum Einsturz gebracht online, dadurch, dass Abermillionen weltweit zur gleichen Zeit immer wieder diese Seite aufgerufen und immer wieder F5 gedrückt haben. Aha. Also sprich, die Anfragen, die werden so viel. Und das ist dann ja hier auch so gesehen die Kausalitätskette. Das ist dann sehr lustig, weil als es dann nochmal gezeigt wird, stehen dann da gefühlte 50 Delos-Mitarbeiter und diskutieren über dieses Problem, was halt ein mathematisches Paradoxon ist. Ja, und dadurch werden die Grenzen des Ganzen dann ausgelotet. Und Maeve ist dann wieder in Warworld, schert sich allerdings gar nicht mehr wirklich um die Handlung, sondern konfrontiert die Nazis damit, dass sie alle Verräter sind, indem sie, also sie hat es ja so fingiert, dass die alle so einen Zettel mit Geheimbotschaften aus dem Ding ziehen und dann wollen die sich alle gegenseitig erschießen. Und ja, dann hält Maeve die Simulation an und spätestens jetzt ist klar, das hier kann nicht in der realen Welt existieren. Richtig. Weil was wir hier sehen, das ist schon wirklich bizarr. Und es ist mal wieder einer dieser Momente, wo diese Serie einfach alle Grenzen sprengt mit dem, was im Fernsehen möglich ist und die den Sprung zum großen Kino mal wieder mit Leichtigkeit nimmt. Das ist so eine verdammt coole Sequenz. Die Zeitlupen, die Schüsse, das ist wirklich das Westworld-Äquivalent zu diesem Shootout auf dem Dach im ersten Matrix, wo es ja die berühmte Szene gibt, wo Neo den Kugeln ausweicht. Es ist vor allem noch mal eine Übertreibung der Szene, wo Black Man die Welt in Staffel 2 anhält, um so Delos die Welt zu verkaufen. Nur hast du jetzt diesmal Leute, die in der Luft schweben. Jetzt hast du Leute, die mit offener Wunde da rumschweben. Das ist so krass und bizarr. Aber es sieht verdammt geil aus und wie sie das auch gedreht haben. Das war richtig aufwendig. Ja, wir alle haben wohl das kleine Making-of-Feature gesehen danach, wo du Leute siehst, die dann so quasi mit dem Bauch auf so einer Ständervorrichtung liegen und dann so halt so Freeze spielen müssen mit erstarrtem Gesicht, wo man dann später das Blut CGI-mäßig hinzugeführt hat und so weiter. Ja, bahnbrechend. Ja, es ist krank. Ja, ja. Würdet ihr für diese Serie auch ins Kino gehen, wenn wir die ganze Zeit davon reden, es ist kinoreif? Ähm, wenn es sie nirgendwo anders zu sehen gäbe? Ja. Vor allen Dingen, wenn vielleicht irgendwann mal, wenn die Serie vorbei ist und es gibt vielleicht mal einen großen Kinofilm als Abschluss. Das macht HBO ja eher selten. Mhm. Ich meine, bizarrerweise haben sie das für eine Serie gemacht wie Entourage, die sowas von nicht kinomäßig ist. Ja, oder Deadwood jetzt auch, ne? Ja. Aber für ihre großen Serien machen sie es eher selten, aber würden sie es hierfür machen, oh mein Gott, wäre ich dabei. Unbedingt. Ist die Frage, ob sie das machen, weil die Serie ist durchaus so ein bisschen auf der Kippe. Also die zweite Staffel... In der Tat, ja. Die zweite Staffel hat ja schon wirklich die Meinung gespalten. Viele haben sich auch abgewendet von der Serie, was sich auch leider in den Einschaltquoten der letzten Woche niedergeschlagen hat. Denn die erste Folge, also Pace Domini, war leider nicht sonderlich erfolgreich. Gerade jetzt sind ja sehr viele Leute weltweit zu Hause, größtenteils. Ja. Daran musste ich auch sofort denken, als ich die News gelesen habe hier, dass die Quoten zur ersten Folge sehr schwach ausgefallen sind. Da dachte ich, oh je, da hat man doch mehr Leute verloren, als man dachte. Ja, das ist sehr, sehr schade. Ja. Gerade jetzt... Dabei haben sie sehr penetrant Werbung gemacht für die dritte Staffel. Also schon wirklich sehr penetrant. Ja. Ja, und die Szene, die dann nachkommt, ist dann so ein bisschen... Ja, wie sagt man das? Also, was wir noch kurz erwähnen müssen, was sehr geil war in der Side-Lupen-Sequenz und das hatte wirklich schon so ein... Also ich hab's ja nicht... Ich hab die X-Men-Filme nie geguckt, aber ich hab schon diese Quicksilver-Sequenzen auf YouTube gesehen und wie sie dann da Lee Sizemore so gerade eben noch von einer Kugel, die halt vor ihm schwebt, bewahrt. Das war schon sehr geil. Das kann man dann tatsächlich als Quicksilver-Referenz sehen. Ja, ich fand's nur gut, dass die Szene dann ohne Musik blieb und dass man dann nicht auf einmal irgendeinen komischen Popsong da eingeblendet hat, weil diese Szenen in den X-Men-Filmen, die sind in erster Linie komödiantisch gedacht, weil die eben mit Popsongs untermalt sind. Dieser Moment hier, der sollte einfach nur Badass sein und das ist er zum Glück auch. Ja, das war wirklich geil. Vor allem gerade diese Art von Sequenz, die kam schon so oft vor. Das war schon bei Ab durch die Hecke. Das war bei der ANQ-Drama-Folge, wo Fry 100 Tassen Kaffee getrunken hat und zwar zuletzt beim Sonic-Film. Es ist gut, dass sie hier diesen Gag nicht überstrapaziert haben, sondern das einfach in schönen Badass-Moment haben bleiben lassen und dann sich zu sehr gesuhlt drin haben. Ach nee, also suhentut sich die Serie eigentlich nie wirklich in irgendwas. Also du hast den Eindruck, und das ist vielleicht auch der Vorteil, diese Serie ist halt sehr plottgetrieben. Einfach. Zum Glück. Sowohl Charakter- als auch plottgetrieben ist sie. Ja, und jetzt kommt eine wirklich schon seltsame Kiste eigentlich, weil Maeve versucht jetzt aus dem auszubrechen, was eigentlich die Simulation ist. Also die überlädt ja, die bricht in sich zusammen sozusagen. Und sie hat dann immer noch dieses Tablet, mit dem sie auch schon die Nazis beeinflusst hat. Und das Seltsame ist aber, dass das Tablet jetzt plötzlich völlig anders aussieht. Dass das jetzt plötzlich eine weiße Oberfläche ist. Und ja, das könnte auf Insight hindeuten. Da hast du schon nicht Unrecht, Christopher. Weil wir sehen da nämlich, wo Maeve sich eigentlich wirklich befindet, beziehungsweise wo sich ihre Kontrolleinheit befindet. Nämlich in einem Serverraum, wo anscheinend auch die anderen Kontrolleinheiten angeschlossen sind. Und ja, eben diese Simulation stattfindet von Warworld und ja, der Facility und so ziemlich allem. Und ja, das war so ein bisschen komisch schon irgendwie, dass sie das dann auch so steuern konnte, so schnell. Ja, ich kann nur immer wieder auf das andere Michael-Crichton-Werk verweisen. Der Konzern Ingin, der konnte nicht mehr so bestehen, wie er bestand, nachdem der Tyrannosaurus Rex durch San Diego stapfte. Und die Katastrophe in Westworld, die war von ähnlichen Ausmaßen. Es sind ähnlich viele Zivilisten gestorben. Deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Delos ein paar Schecks ausgestellt hat, so Schmerzensgeld. Und dann geht's weiter im Büro, einen Tag wie jeder andere. Da muss irgendwas passiert sein. Ja, aber es wurde ja auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen eigentlich, dass größtenteils Mitarbeiter geschädigt wurden. Und da kann man ja auch theoretisch, ich meine, ich hätte es irgendwo auch, ich glaube, es war auch irgendwo zwischen den Zeilen zu hören, von wegen, wir können doch nicht einfach so weitermachen, nur weil wir überall Vergleiche durchkriegen. Also das heißt, die Angehörigen von Mitarbeitern, die gestorben sind, die ziehen nicht zwingend vor Gericht oder so was. Auch nicht für eine Sammelklage. Also Delos kann schon theoretisch so weitermachen, aber nur, dass das so schnell ging. Und ja, gut, Warworld ist ja nicht echt. Und wir sehen dann, was ich sehr schön fand, der Unterschied zwischen der wirklich realen Welt und dieser Simulation, der wird auch mal dadurch hervorgehoben, dass Lee Sizemore sich wundert, dass auf diesem Tablet, wo wir eben diesen Serverraum sehen, in der wahren Welt, dass da alles viel langsamer abläuft. Und das macht dann auch wieder so eine Videospiel-Mentalität eigentlich auf, weil, naja, Videospiele laufen ja mit 60 Bildern pro Sekunde inzwischen. Und das ist ja eigentlich viel mehr, als du das menschliche Auge normalerweise eigentlich wahrnehmen kannst. In dem Sinne. Und ja, es läuft alles schneller. Und es hat mich auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es hat mich auch an Inception erinnert. Ja. Weil da heißt es nämlich auch, dass im Traum läuft die Zeit ja viel schneller. Ja. Ne? Oder nee, läuft nicht schneller, sondern nee, Quatsch. Die Zeit läuft langsamer, andersrum. Genau, genau. Alles geht schneller, aber die Zeit selber fühlt sich langsamer an, weil der Verstand schneller arbeitet. Genau, so war das. Ich hab da halt auch eine Theorie, dass die neue Firma vielleicht dann eher so ein bisschen mehr auf Virtual Reality setzt, um die Besucher weniger zu gefährden. Und deswegen hast du hier diesen permanenten virtuelle Welt, virtuelle Welt, mein Fuck. Ja, es könnte sein. Mir ist nämlich auch noch mal eingefallen, wenn diese Brille, die Dolores da Thomas Kretschmann aufgesetzt hat in der ersten Folge, das war, glaube ich, eine VR-Brille. Das war eine VR-Brille. Oder auf jeden Fall war das irgendeine VR-Nummer. Und man hat dann ja auch gesehen, hatten wir das überhaupt erwähnt, dass eventuell sein Haus am Strand da auch nicht echt ist. Eventuell. Das fiel mir auch noch mal ein. Das fiel mir vor allem an der Bewegung von Dolores auf, wie sie dann auf einmal verschwunden ist und auf einmal dann vor dem Pool auftaucht. Ja, genau, genau. Und das könnte auch schon, ich meine, wie hat sie das gemacht? Das könnte auch schon irgendwie mit Inside ... Genau. Ich meine, sie kennt ja diesen Liam Dempsey da schon, ne? Und das, ja, also, Christopher, vielleicht hast du gar nicht Unrecht. Also Inside spielt auf jeden Fall eine riesige Rolle. Und zu der kommen wir dann jetzt auch gleich. Genau. Denn eine Steuereinheit schlägt halt eine Scheibe ein und holt diese Kontrolleinheit da raus und will halt dann die Flucht antreten, um sie Maeve zu bringen. Aber ... Ja, eine Drohne. Eine Drohne ist das. Genau. Harriet. Kommt ihr zuvor, umkreist sie und im Kugelhagel bricht diese Drohne dann zusammen und kann halt nicht dann das tun, was sie eigentlich vorhatte. Ich fand die Sequenz klasse. Ich fand's nur schade, dass Maeve damit nicht durchgekommen ist. Ja, man hätte ihr das wirklich gegönnt. Man sieht auch irgendwie so ein bisschen in der Drohne sieht man eigentlich sogar sie und wie sie dann auch wieder zusammenbricht und wieder stirbt. Mal wieder, ja, die arme Maeve in der Folge. Wobei das schon halt echt abgefahren ist, wie sie ... Ja, wohl jetzt ist die Frage, wie hat sie das eigentlich gemacht? Weil, überlegt euch doch mal, sie ist doch in der Simulation. Aber sie hat in der Simulation, hat sie die Drohne programmiert, oder? Ja, ich denke halt, dass es wie bei Neo ist, dass die Fähigkeiten von ihr über das hinausgehen. Das wurde ja zu einer zweiten Staffel schon mehrfach angedeutet, dass sie dann ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, als wir als Zuschauer bisher gesehen haben. Vor allem, es ist Westworld. Die spielen auch damit, dass sie uns nicht alle Karten direkt auf den Tisch legen, sondern auch mal ab und zu was in der Hinterhand behalten und uns dann damit später konfrontieren. Sonst werden wir gar nicht mehr diese Mindfacts bekommen. Ja, das ist der Knackpunkt bei diesen wöchentlichen Reviews. Also wir können zu 50 Prozent immer nur Rätsel raten, was dieses oder jenes bedeutet, weil wir bekommen ja immer nur Brotkrumen vor die Füße gelegt. Richtig, obwohl der Witz dann in Staffel zwei war, die vierte Folge dann mit James Delos, da haben sie plötzlich alle Karten mal auf den Tisch gelegt. Das kam völlig, völlig unerwartet. Also als die damals anfing, dachte ich mir so, warum gucken wir jetzt diesen Milliardär bei seinem Alltag zu? Ja, die Szene mit der Drohne fand ich grandios. Also man hat ja, in dem Making-of hat man ja gesehen, es ist tatsächlich ein Schauspieler gewesen. Also die haben die nicht gebaut, das ist mit Motion Capture und per CGI, aber die sieht unglaublich gut aus und unglaublich plastisch. Und ich nehme an, die Szene ist auch relativ kurz, weil das echt teuer gewesen sein muss, diese Sequenz. Mit Sicherheit. Und ja, Harriet bricht zusammen, die Kontrolleinheit rollt davon und da machen wir eigentlich, ich glaube, was kommt dann? Ich glaube, da machen wir einfach nur einen Sprung zu Bernard. Genau. Der ja sich mit Stubbs zusammengerottet hat und der jetzt aber irgendwie auch schon in der früheren Szene, da haben wir jetzt gar nicht von gesprochen, in der früheren Szene nochmal irgendwie sein Gedächtnis durchforstet. Und wo ich dann, also wisst ihr, ich mochte ja Staffel 2 wirklich gerne. Aber als dieses Bildgeflimmer wieder angefangen hat, bei Bernards Erinnerungen, die er abruft, dachte ich mir so ein bisschen, oh nein, bitte nicht. Spätze nicht schon wieder. Weil man merkt es jetzt wirklich über unsere ganze Review jetzt ja auch hinweg. Während die erste Folge sich wirklich wie so ein Soft-Reboot anfühlte, mit wirklich wenig Vertrautem, bis vielleicht auf die Schlussmusik und die letzten Momente, ist das hier schon wirklich vertrautes Terrain. Und vielleicht fast schon wieder ein bisschen zu vertrautes Terrain. Weil ich muss zugeben, ich fand diese neue Erzählweise eigentlich sehr angenehm. Und ich muss mich dann jetzt doch ein bisschen über die amerikanischen Kollegen wundern, die meinten, oh ja, diese Staffel fühlt sich ganz anders an. Weil das hier war wirklich sehr, sehr vertraut. Was jetzt nicht schlecht war, aber, also ich weiß nicht, fändet ihr das toll, wenn das jetzt wieder aufgekocht wird mit Bernards und seinem verschwurbelten Gedächtnis? Nein, das wird es auch nicht bleiben. Ich meine, die Storyline geht klar in die Richtung, dass jetzt Jagd gemacht wird auf Dolores. Und Bernard ist da, um ein paar Dinge zu klären, hat sich Stubbs zur Seite geholt und alles wird zu einem großen Showdown kommen in Los Angeles oder wo auch immer Dolores gerade ist, um eben die Fäden zu spinnen. Von daher, das waren Erinnerungen, das waren sozusagen noch Plot-Threads, die man noch aus der alten Staffel übernommen hat. Aber die werden sich jetzt nicht wieder durch die ganze Staffel ziehen. Und ich glaube auch nicht, dass nochmal Bernard jetzt hier mit Robert Ford in seinem Verstand redet. Das wäre echt lahm, wenn die das wieder aufkommt. Nee, nee. Obwohl, ich würde es denen zutrauen, dass sie Hopkins zurückbringen. Ohne Scheiß. Ich würde es denen zutrauen. Ja, ich würde Hopkins immer begrüßen. Ich würde mich immer freuen über Hopkins' Rückkehr, egal wie. Ich habe ja auch Gerüchte, dass Teddy wieder zurückkommt in der Staffel. Ja. Von daher, zuzutrauen ist es. Ich hoffe halt auch, wie ihr, ich hoffe wie ihr, dass das halt wirklich nur eine Folge war, die so ein bisschen Bernards Charakter nochmal ein bisschen das Fleisch auf die Rippen geben soll, die Motivation von ihm, von Malf, von Stubbs so ein bisschen zeigen soll, bevor es jetzt als Eingemachte geht, bevor wir jetzt wirklich diese neue Welt mal wieder erkunden. Davon würde ich gerne mehr sehen. Ja. Nicht von irgendwelchen Pucks. Da kommt auch mehr von, das hat man ja schon, da kommt auch mehr, das hat man ja schon im Teaser für die nächste Folge gesehen, ne, dass wir auch Aaron Paul wieder sehen. Und ja, also gut, was man jetzt zu Bernard noch sagen kann, dass er Whispert eigentlich wieder verlässt. Und zusammen mit Stubbs, der, ja, es ist die Frage, woher hat Stubbs jetzt plötzlich diese, weißt du, erst schießt er sich in den Kopf, weil er keine Aufgabe mehr hat. Und jetzt hat er plötzlich eine, die auch schon vorher einprogrammiert wurde, beschütze Bernard Lowe um jeden Preis. Also da bin ich nicht ganz schlau raus geworden. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht haben wir da wieder was nicht gesehen. Vielleicht hat man uns da wieder so ein paar Dinge vorenthalten, die dann später zu tragen kommen. Bernard Lowe war ja nun mal nicht mehr anwesend und Stubbs hätte annehmen können, dass er auch getötet wurde. Er war nicht mehr im Park, er war nirgendwo mehr zu sehen, genau wie der restliche Stab, den er immer beschützt hat. Und jetzt ist dieser Mann, dem er eigentlich beruflich untergeben war, wieder in sein Leben getreten. Von daher kann er in übertragener Art und Weise seine alte Aufgabe wieder aufnehmen, was er vorher nicht konnte. Vor allem, wir vergessen noch eine Motivation von Bernard. Er wollte sich Verstärkung holen, weil er sich nicht sicher war, ob Dolores nicht in ihm ein Hintertürchen offengelassen hat. Ja, richtig. Um ihn bei Bedarf wieder zu kontrollieren. Er wäre dem alleine vielleicht nicht hergeworden. Deswegen musste er sich Unterstützung holen. Ja gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Ich meine, in einer der letzten Szenen der zweiten Staffel wird ja gesagt, dass Stubbs Core-Funktion, also Core-Drive, seine Kernfunktion, dass das, er kümmert sich um jeden Host im Park. Und so gesehen ist Bernard eigentlich auch einen Host im Park. Das stimmt eigentlich schon. Was er nie wusste, aber jetzt erst weiß. Genau. Ja, es ist alles sehr ... Konfus. Sehr seltsam. Aber da wird noch was kommen. Also es wird auch wieder ... Deshalb glaube ich schon, Christopher, dass diese Rückblenden ... Weil wir sehen nämlich zum ersten Mal, sehen wir in seinen Rückblenden, sehen wir auch die Charlotte Hale-Dolores mit den Kontrolleinheiten, also mit den Perlen hantieren. Und das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und da wird wahrscheinlich auch schon angedeutet, na ja, wer jetzt genau auf diesen Perlen gespeichert ist oder was Dolores damit vorhat. Das ist wohl so die Kernfrage der ganzen Staffel. Was ist Dolores Plan konkret? Oder wie will sie den ausführen? Da kann man sehr gespannt sein. Aber ich würde sagen, wir schwenken jetzt über, Christopher. Du hast das Wort für deine Maeve. Für den Final Moment. So, aber mal wacht Maeve auf in einem wunderschönen Haus mit sehr vielen Pflanzen und einem schönen gedeckten Tisch. Und an diesem Tisch sitzt niemand Geringeres als Natalie Portmans Ballettlehrer aus Black Swan. Er ist natürlich auch noch für sehr viel mehr Sachen bekannt. Er war George Cloonys Widersacher in den Ocean Sequels und in vielen, vielen anderen Filmen. Und die Rede ist vom, und er ist Monika Bellucci's Ex-Mann, die Rede ist vom großartigen Vauceau Cassel. Ja. Der hier eine scheinbar wichtige Rolle für Inside bekleidet. Und nach ein bisschen Hin und Her, Smalltalk und sich gegenseitig bedrohens, eröffnet er Maeve, dass er sie aus einem einzigen Grund aus dem Park geholt hat. Sie soll Dolores aufspüren und töten. Und da schossen mir sofort mehrere Fragen in den Kopf dabei. Warum holt man einen Host aus dem Park, um einen anderen Host zur Strecke zu bringen? Warum schickt man dafür nicht gleich ein komplettes Security-Team? Aber diese Frage ist natürlich auch wieder, Tür öffnet Tür und Tor für eine Million verschiedene Möglichkeiten, warum sie dieses Ziel verfolgen. Und eine einfache Antwort wird es darauf garantiert nicht geben. Wir sollten aber vielleicht auch kurz sagen, wer jetzt genau Vincent Cassel ist. Das ist nämlich die Figur, die in der ersten Staffel angedeutet wurde, nämlich Angenot Serac. Ich hab den Namen vergessen. Ja. Serac, genau. Angenot Serac. Und da kann man schon von ausgehen. Also der Name hat auch tatsächlich eine Bedeutung, soweit ich weiß. Angero, das ist ein Wortspiel des deutschen Wortes Engel. Serac weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ja, es hat eine Bedeutung. Und er ist auf jeden Fall wohl ein Franzose. Und es könnte sogar sein, dass er in Kanada sitzt oder sowas. Und es könnte sogar anhand der Farbgebung sogar sein, dass er nicht der Bösewicht ist, wenn man hier wirklich mit diesem Schwarz-Weiß spielt. Dolores trägt überwiegend Schwarz. Maeve trägt jetzt Weiß und er trägt auch Weiß. Also vielleicht sind die beiden wirklich hier die Guten und wir sehen sie nur als Antagonisten, also ihn, weil er jetzt eben auf Dolores los. Ja, vor allen Dingen, es liegt eben auch an der Darstellerwahl hier. Vincent Cassel kann einen Schurken wirklich sowas von locker aus dem Ärmel schütteln. Dieses Diabolische, das spielt er im Schlaf. Und die Art und Weise, wie er mit Maeve interagiert, da kann man gar nicht anders, als zunächst zu dem Entschluss zu kommen. Aber ja, es könnte auch ganz anders sein. Es ist bei Westford nie so, wie es direkt erscheint. Nee, absolut nicht. Und man kennt es auch wieder aus Person of Interest, kennt man es, dass Figuren, die am Anfang als Antagonisten erscheinen, dass die dann Verbündete werden oder was auch immer. Also grundsätzlich ist bei Westworld auch nie alles Schwarz oder Weiß gewesen. Ich meine, Robert Ford, der hat zwar auch getötet und so weiter, aber gut, er war auch machtbesessen und so, aber ist er jetzt ganz und gar ein Bösewicht gewesen? Nee. Mehr das. Auch interessant, dass Caleb dann oft in Grau rumlief, also, dass er wirklich so graustufig ist. Naja, es wird dazwischen. Ja, genau. Wobei man das ja schon in den Trailern gesehen hat, da gibt's ja dann dieses Stand-off zwischen Maeve und Dolores dann anscheinend in Neo-Los Angeles und Maeve hat da sogar ihr Samurai-Schwert wieder. Oh. Da freu ich mich schon irre drauf. Dann schmeiß ich jetzt mal eine lapidare Prognose ins Rennen. Maeve und Dolores werden sich verbünden. Und dann kriegt es Insight mit beiden zu tun. Nehme ich jetzt einfach mal an. Einfach so nehm ich das jetzt mal an. Ja. Zu Insight müssen wir noch sagen, also, Angelo Serac ist eben der, ja, Architekt oder Erfinder oder was auch immer auf jeden Fall der Partner von Liam Dempsey Senior, mit dem er zusammen ... Gott, wie heißt dieses Ding jetzt? Re-Hope-Wham. Also, die künstliche Intelligenz von Insight erschaffen hat. Also, diese künstliche Intelligenz, die eben, ja, das Potenzial und die möglichen Pfade von Menschen vorhersagen und dadurch ihnen letzten Endes auch den freien Willen nehmen kann. Und damit arbeitet ja eben, also, am Ende sehen wir es ja. Maeve sitzt, als sie aufwacht, sitzt sie, glaube ich, kurz vor diesem, wieder diesem Kreissymbol. Ja, ja. Ne? Diesen, das sieht fast aus wie ein Rohrschachtest oder so. Und wenn man dann jetzt auch guckt, wie halt eben auch immer die verschiedenen Orte und Handlungsstränge eingeführt werden in dieser Staffel, da steht immer, das wäre eine Anomalie. Also, auch hier zum Beispiel jetzt bei Bernard, der eben da auf dem südchinesischen Meer ist, es ist so gesehen eine Anomalie, weil er nicht das tut, was er eigentlich tun müsste oder was er besser tun sollte. Das heißt, er nimmt sein Potenzial nicht wahr. Er folgt nicht seinem von Insight vorgerechneten Pfad. Aber Insight ist so oder so ein kleines Problem, denn Dolores ist durchaus eine Gefahr für das System. Und das System scheint ja, und da wird dann auch die Begegnung mit Pomp Clementiv nochmal wichtig, durchaus aus der ersten Folge, Insight scheint nicht richtig zu arbeiten. Und Vincent Cassel redet auch, das fand ich sehr interessant, also, besser gesagt, Serac nicht, Vincent Cassel, damit man hier nicht durcheinander kommt. Und Serac redet auch davon, dass Maeve einen Krieg für ihn, also, so gesehen, eine Schlacht für ihn schlagen soll, die eigentlich schon längst verloren scheint. Und es ist eine Art kalter Krieg. Genau, von dem die meisten Leute gar nicht wissen, dass er stattfindet oder vielleicht schon verloren ist. Genau. Und ja, man merkt, er versucht, Maeve auf seine Seite zu ziehen, weil Maeve ist halt so, ja Gott, die Menschheit, was schert die mich? Die hat sich noch nie viel aus Menschen gemacht, erst recht nicht, seit sie weiß, dass sie eigentlich nur eine Laborratte ist. Und ja, wie er sie dann versucht rumzukriegen. Also, er ist ja, glaube ich, sehr fasziniert auch irgendwie von ihr, ne? Weil sie eben es geschafft hat, ihre eigene Storyline, ihren eigenen Willen und den Willen entwickelt hat, auszubrechen. Da weiß er allerdings nicht, dass das auch alles ein Stück weit von Ford kam, natürlich, ne? Der ihr das alles so zugeschustert hat, die Admin-Rechte und so weiter. Also, das fand ich dahingehend interessant und ich muss sagen, ich finde Vincent Cassel als Figur auch echt spannend. Ich fand auch diesen Moment recht spannend, dass er der Einzige zu sein scheint, der sie auch wieder einfrieren kann, also ihre Funktion einstellen kann. Und sie versucht, ihn dann kurz umzubringen, weil das kann ja sonst niemand. Und er ist so der Erste, der ihr gewachsen zu sein scheint. Ja, seine Macht, die geht wohl in sehr viel mehr Bereiche, als wir am Anfang erahnen. Er ist nicht einfach nur irgend so jemand, der große Anteile an der Firma hat, weil er spendabel mit Geld umgegangen ist. Er scheint wohl sehr viel mehr zu wissen, als uns klar ist. Und ich denke, er wird auch der Fokus der vielleicht doch größten Plottwists dieser Staffel sein, die noch kommen werden. Ja, das glaube ich auch. Also, er ist auf jeden Fall, also, Rehoboam ist extrem wichtig in dieser Staffel. Inside ist sehr wichtig in dieser Staffel und er deshalb auch. Leute, haut mir ja in die Fresse und beschmeißt mich mit sonst was. Aber ich habe wirklich diesen Twist gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass er ja Maeve einfrieren kann. Das ist mir jetzt erst mal klar geworden. Und das schlägt ja auch einen Bogen eigentlich zum Anfang der Folge, wo eben diese Delos-Mitarbeiter in der Simulation das auch nicht konnten. Richtig. Ne? Das ist mir jetzt erst mal bewusst geworden. Ich meine, keiner konnte gegen sie bestehen. Wirklich absolut keiner. Sie ist ja in der ersten Staffel eigentlich auch schon, in der zweiten Staffel eigentlich fast schon übermächtiger Charakter, so gesehen. Ja, und was wir jetzt halt vergessen haben zu erwähnen, dass Maeves Hintergedanke nach wie viel, dass sie ihre Tochter sehen will. Sie wollte herausbrechen, um mit ihrer Tochter vereint zu werden. Jetzt ist er dazwischengegangen und hat gesagt, ja, du kannst deine Tochter sehen, aber nur, wenn du mir hilfst. Also, wieso braucht dieser mächtige Charakter oder wieso brauchen alle diese Charaktere Maeve? Das wird auch nochmal so ein Knackpunkt in der Story sein. Ja. Was halten wir uns da noch vor? Das frage ich mich seit dem Ende dieser Folge. Ja. Wenn man wirklich, weil in der ersten Folge dachte man nach wie vor, Dolores hat das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Dass sie nämlich eben mit Liam Dempsey anbandelt und es schafft, Inside zu infiltrieren und eben bestimmte Schachzüge unternehmen kann, von denen, die noch nichts wissen. Wenn aber jetzt so ein hohes Tier weiß, dass Dolores eine Gefahr ist, die beseitigt werden muss und seine Idee ist es, einen anderen Host zu holen, um das zu tun, da habe ich momentan überhaupt keine Ahnung, wo das hinführen soll und ich liebe es. Und er hat wirklich einen super schmierigen ersten Eindruck hinterlassen. Also, ich will mehr von diesem Charakter sehen. Ich möchte so oder so mehr von Vincent Carcelle einfach sehen. Also, seine Besetzung finde ich grandios. Ich war nämlich damals ein bisschen enttäuscht. Das waren nämlich sogar Gerüchte erst, dass sie nicht nur Vincent Carcelle haben wollten, sondern auch Antonio Banderas. Das wurde irgendwie falsch kommuniziert. Vielleicht wollten sie ihn auch für die Rolle haben. Andererseits glaube ich nicht, weil sonst würde er nicht Angelo Serac heißen. Weil Antonio... Ja, nichts gegen Antonio Banderas, aber die Klasse von Carcelle hat der leider nicht. Der ist okay, aber... Oh, der wäre aber auch toll gewesen in der Serie, glaube ich. Der ist toll, aber... Wäre kein glaubwürdiger Franzose gewesen. Nee, das eben nicht. Nein, im Allgemeinen, in einer anderen Rolle wäre er ja gut. Aber jetzt, wenn wir jetzt vor der Wahl stehen würden, hätten wir jetzt Banderas oder ihn gehabt, dann ist es schon besser, dass wir Carcelle haben. Weil Banderas hat nicht seine Kragenweite, wirklich nicht. Also ich bin wahnsinnig froh, dass er hier ist und ich glaube, dass er... Also ich möchte nicht hoffen, dass er nur so eine Eminenz im Hintergrund bleibt, weil das wäre wirklich eine Verschwendung. Na, das... Also in der Szene hier hat er schon Eindruck hinterlassen und gezeigt, dass Vincent Carcelle irgendwie ein sehr unterschätzter Schauspieler ist. Und dass er dann... Dass seine erste Szene mit Fanny Newton zusammen ist, ist dahingehend dann halt auch bezeichnet irgendwo, ne? Ja, diese Folge entlässt einen mit tausend Fragen wie üblich. Ähm, hinterlässt aber keinen unbefriedigenden Eindruck. Nein. Ich würde sagen, wenn wir jetzt zur Bewertung kommen, es ist mehr oder weniger das Gleiche wie letzte Woche. Wir bekamen einiges geboten und der Hunger auf mehr, der ist genauso groß wie letzte Woche. Black Man hat zwar mal wieder mit Abwesenheit geglänzt, da ist bei mir noch das größte Fragezeichen, was so seine Rolle in der Staffel sein wird, aber... Ja, ja. Ich bin nach wie vor gespannt. Mhm. Ich muss sagen, diese Folge, die hat mich wirklich... Da hat mich auch wirklich dieser Soundtrack getriggert, den ich nochmal hervorheben möchte von Ramin Javadi. Wir hören nämlich im Abspann, hören wir dieses Inside-Thema. Und das schafft es wirklich gleichzeitig mysteriös und gleichzeitig einen Blade Runner-Vibe zu versprühen. Also fand ich ganz, ganz großartig. Und das passt auch wunderbar zu Inside, weil du hast halt so dieses instrumentale Säuseln und da hörst du dann förmlich die Daten rumschwimmen oder sowas quasi, ne? Was du auch schon im Vorspann siehst, wie diese Pusteblumen sich in die Daten verwandeln, die... Ja gut, wenn du jetzt überlegst, da wird auch angedeutet, dass Inside eventuell Westworld umschließen könnte förmlich, ne? Oder die wahre Welt. Gerade die Folge hat das Spiel mit den Realitäten auch so auf die Spitze getrieben, also viel mehr hätten sie da nicht machen dürfen. Ja, auch der gesellschaftskritische Aspekt, dass ja Delos, wie wir ja wissen, und dadurch auch Inside angefangen hat, Daten zu sammeln von allen Gästen und von allen Mitarbeitern und generell von allen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist so das zeitkritischste, aktuellste Thema, das die Serie behandelt und das wird auch nochmal groß zur Geltung kommen. Ja, sie werden, da ist halt auch wieder, da spürst du richtig Jonathan Nolan hinter, weil er scheint hier wirklich mit Roy Heboam, scheint er Gedanken aufzugreifen, die er in Person of Interest mit Samaritan schon aufgeworfen hatte und die er dann wahrscheinlich jetzt hier weiterführen wird und das finde ich wahnsinnig spannend. Was noch so als Schlussfrage, dass Warworld jetzt nicht echt ist, hat mich auch nachdenken lassen, weil man muss überlegen, und das habe ich mich schon immer gefragt, Westworld in der ersten Staffel ist gigantisch, dieser Park. An einer Stelle sagt William, glaube ich, dass es drei Monate dauert, durch die ganze Anlage zu reisen. Und ein Tag kostet 4000 Dollar. 40.000. Ja, ja. Eine Null fehlte. Ja, und das von wegen, dass man da halt so lange durchlatschen muss, das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an hier in Zelda Breath of the Wild, wo es irgendwie auch eine Stunde dauert, bis man durchs ganze Gebiet einmal durch ist, quer durch die Karte, also in einem Open-World-Spiel jetzt. Das erinnert generell momentan an die aktuelle Laufzeit von irgendwelchen Open-World-Spielen, die vollgestopft sind mit Quests, wo man dann wirklich auch parallel zu Westworld ziehen kann. Das ist halt ein super komplexes Game, in dem du dich bewegen kannst, ja. Und da ist jetzt die Frage, existiert der Park in der Form überhaupt? Weil ihr müsst wirklich überlegen, alleine Westworld ist schon riesig und dann soll es mindestens noch fünf andere Parks geben. Ich meine, wie groß muss denn dieses Gelände sein? Ja, also so viel kann es dann auch nicht sein. Ich meine, die müssen ja ein halbes Land gepachtet haben. Also das, wer weiß, vielleicht ist der ganze Park niemals echt gewesen. Oh ja, jetzt verwickeln wir uns aber in Ideen. Aber wieso müssen dann die Roboter repariert werden? Ja, und sie spielen ja, man muss überlegen, sie haben jetzt schon wieder, in der ersten Folge haben sie es gemacht und sie spielen hier schon wieder mit dem Gedanken, Gedanken einer Simulation innerhalb einer Simulation. Und es deutet wieder, also, oh, wenn uns das nicht gefällt. Also ich muss sagen, das ist das Einzige, was mir wirklich im Moment nicht gefällt an der Serie. Also diese Gedanken finde ich interessant, aber wo sie hinführen, dass eben am Ende die echte Welt einfach nur Future World sein könnte. Ah, glaube ich nicht. Ich würde es ihnen zutrauen. Auf Future World gab es ja auch einen dezenten Hinweis. Stimmt, ja. Ja, das hat ja bei Future World auch die DNS von den Gästen kopiert. Ja, das war ja schon in der zweiten Staffel, aber vor allem die Pose, dass Maeve bei einem Kuss mit Lee Seismore bemerkt, dass er kein Mensch sein kann. Ja, das auch. Das war auch eine Referenz auf Future World, das muss man auch sagen. Ich hoffe auch nicht auf Future World. Aber den kann man sich ruhig, ja, also der ist ganz nett, der Film, aber vor allem Jules Brunner hat da einen unglaublich glanzlosen Auftritt. Undankbar sogar. Der, der, ja, der seiner Figur irgendwie jeden Schrecken nimmt, der aufgebaut wurde, legendär aufgebaut wurde im ersten Teil. Ja, ich meine, für die Zuhörer, die es nicht wissen, der Auftritt von Jules Brunner in Westworld ist nicht zu unterschätzen, weil er hat sowohl den Terminator beeinflusst, als auch Michael Myers in Halloween. Das, also James Cameron hat wirklich zugegeben, dass der Terminator direkt an Westworld angelehnt ist, ne? Und deshalb finde ich das immer so ein bisschen traurig, dass viele den alten Film gar nicht mehr kennen, weil ohne den würde es auch kein Jurassic Park geben. Ja, aber der funktioniert halt nach heutigen Mustern, ist er für die meisten Leute vielleicht leidlich unterhaltsam, vielleicht unverwillig komisch. Also ich, die Idee, die Idee ist nach wie vor brillant, aber man muss leider sagen, so was Sci-Fi-Filme aus den 70ern betrifft, da sind andere besser gealtert als der. Ja, aber der ist aktuell bei Amazon Prime, also ihr könnt da kostenlos reinschauen. Wenn euch das nicht liebt, könnt ihr es immer noch beiseite legen, aber zumindest mal dem eine Chance geben. Der fühlt sich schon sehr rudimentär an. Also ich hab ihn mir damals angesehen, bevor ich die Serie geguckt habe und dann dachte ich mir so, warum zum Teufel hat da noch nie jemand eine Serie draus gemacht? Weil dieser Film ist ja, dieser Film ist ja eigentlich eine Blaupause. Und es gab ja sogar eine Serie Beyond Westworld oder Westworld Beyond, eins von beiden. Die hatte allerdings nur fünf Folgen und zwei davon wurden bis heute nur ausgestrahlt. Also die ist einer der größten Flops überhaupt gewesen. Ja, also da ging es wohl irgendwie um die Machenschaften, also es hatte wohl, also die spielte wohl zwischen Future World und dem ersten Film. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende und ich glaube, wir haben ja echt schöne Laufzeit auch wieder. Ordentlich, ausschweifende Laufzeit, gut. Ja, ne, ist aber gut. Also es ist weniger Zeit zur Woche. Punktebewertung. Genau, Punktebewertung. Vergeben wir in Christopher, sei mal kreativ. Oh, warum tust du mir das an? Ich wüsste was. Letztes Mal hatten wir Insights. Ich würde sagen, diesmal sind es Realitäten. Simulation. Ja, Simulation. Ja. Dann mach du mal den Anfang, Christopher. Dann vergebe ich vier von fünf Simulationen. Es war toll, bestimmte Figuren wiederzusehen. Die neu eingeführten Figuren machen Lust auf mehr. Und die neuen Fragezeichen, die aufgestellt wurden, lassen mich mal wieder fragen, wo führen sie dahin? Weil das Schöne ist einfach, diesen Machern ist einfach alles zuzutrauen aufgrund ihrer überbordenden Kreativität. Bei anderen Serien könnte man sagen, ja, das führt wahrscheinlich dahin und dahin, weil man die Einschränkungen dieser Macher und dieser Serie einfach kennt. Und dann weiß, die und die Tür machen hier bestimmt nicht auf. Das ist bei Westworld nie der Fall gewesen. Hier ist einfach alles möglich. Und ja, ich kann es kaum erwarten wieder mal, wenn es dann nächste Woche weitergeht. Also nach wie vor wieder auch wie letzte Woche vier von fünf. Okay. Simulationen von mir. Mhm. Patrick? Ja, ich kann dasselbe nur wiederholen. Also mir hat es Spaß gemacht. Vincent Corsair oder wie auch immer war ein wirklich schön interessanter Charakter. Das Ganze mit den Simulationen war mir vielleicht ein Tick too much. Aber es war auch so einer guten Kinoqualität produziert, dass mich das nie gestört, dass ich auch mal wieder Black Man bis zum Schluss nicht vermisst habe. Und dass er es auch wieder am Schluss bewusst wurde. Ach, der war ja wieder nicht da. Also ja, ich war durchgehend unterhalten. Und diese netten kleinen Running Gags auch an Person of Interest, an Jurassic Park, an Game of Thrones, die haben mir auch viel Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß. Vier von fünf Simulationen. Okay, dann muss ich ein bisschen reingrätschen, denn ich gebe dreieinhalb. Ich fand die Folge wirklich, wirklich gut. Diese Referenzen haben mir wirklich Spaß gemacht. Was mich halt so ein bisschen ... Ich will nicht hoffen, dass die Serie jetzt in alte Gewohnheiten verfällt. Vielleicht liegt das auch daran, dass die erste Folge sich eben anfühlte wie ein Soft-Reboot. Also nochmal, ich mag die zweite Staffel und ich mag auch die Elemente der zweiten Staffel. Aber hier ist so ein bisschen für mich die Gefahr, dass sie sich auch ein bisschen sehr wiederholen. Ich finde, die Folge dreht sich auch manchmal ein bisschen zu sehr im Kreis an Stellen, wo das eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Also wir hätten zum Beispiel nicht irgendwie drei Loops von Maeve sehen müssen. Auch wenn das immer Relevanz hatte, aber das nutzt sich da so ein bisschen ab, finde ich. Vielleicht auch von der Inszenierung her. Ansonsten ist es trotzdem eine tolle, sehenswerte Folge, die definitiv Lust auf mehr macht. Die ist vor allem visuell, also allein schon, also ohne Scheiß. Selbst jemanden, denen das nicht interessiert, macht euch einen Screenshot oder sucht euch einen Screenshot von dieser Szene mit den Nazis. Das ist wirklich schon, das ist schon abstrakte Kunst, wirklich. Und Vincent Cassel, wie erwartet, grandioser neuer Auftritt. Ich möchte mehr von diesem Serac sehen, den ich wahnsinnig, wahnsinnig mysteriös und interessant finde. Gut. That's it. That's it. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir bleiben dran. Wir hoffen, dass andere US-Zuschauer auch dranbleiben. Ansonsten passiert was in ihrer Abwesenheit wortwörtlich, denn die nächste Folge heißt The Absence of Fields. Genau. Und ja, wieder sehr mysteriös. Und da können wir uns wieder bis nächste Woche die Köpfe drüber zerbrechen. Aber ich würde sagen, wir klinken uns an dieser Stelle aus. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mal wieder mit euch beiden. Ich freue mich. Natürlich, eventuell haben wir auch nächste Woche den ein oder anderen Neuzugang hier, aber das will ich nicht vorwegnehmen. Kenner des Tele-Stammtischs werden vielleicht mein Wissen, wer hier hereinschneiden könnte und uns auf dieser Reise begleiten wird. Ich freue mich wahnsinnig drauf und verabschiede mich an dieser Stelle und bringe mich offline. Ciao, ciao. Autofunktion aus. Ciao, und solltet ihr jetzt Bock haben auf Person of Interest, schaut vielleicht mal rein. Könnte euch gefallen. Ciao. Ja. Motorische Funktionen einstellen. Applaus 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 Applaus